Ich muss so kacken, ich muss so scheißen, aber ich brauche Content, wisst ihr was ich meine? Nach der Runde erstmal dick kacken gehen, Alter. Richtig fett scheiße nehmen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was hat das verklippt? Oh mein Gott! Oh mein Gott, verfickte scheiße! Oh mein Gott! Digga, wo ist Big Daddy hin? Komm mal schnell wieder hin! Oh, Big Daddy hat meinen Arsch! Digga, das hat sich echt ekelhaft an mir. Big Daddy hat meinen Arsch. Das bin ich, Alter! Das bin ich, Leute! Merkt euch das! Das bin ich, Digga! Zack! Den habe ich gerochen, einfach. Zack, Big Daddy weggesniped. Da links gesehen. Oh, Baby! Dead All Pro. Und dann einfach keinen mehr gesehen, das wäre so insane, Digga! Und da haben wir auch die Tundra Max Level. Schafftsauflage Pro. Hier kann man jetzt wahrscheinlich nochmal sehen. Nö, ist nicht Max, ist 55 Max oder was? Ist 55? Ja, 55 Max. Ich habe jetzt wieder mit 54. Gold. Gold. Und ja. Einfach nur insane, Digga. Ich schwöre, Kultwar macht so Spaß. Ich bin ehrlich. Kultwar bringt mir so Spaß. Lange nicht mehr so Spaß am Grinding gehabt. Ich kann mit einem Quadfeet und so nicht leben, ey. Ich muss ein Mehrheit kriegen, Alter. Das verdacht gar nicht. Na, Peter nur. Oh, doch. Endmarker zum Quadfeet. Nein! Let me go. Nein! Wir hinten jetzt, Mann. Ich bin Passagier, Bruder. Bei random. Bei mir, Holland. Was für random? Achso. Ich bin hinter mir und vor mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Fuck me. Oh, Outplayed. Einfach alles Outplayed, was ging gerade. Alles Outplayed, was ging. Ich schwöre es euch. Alles Outplayed, Digga. Oh, Outplayed. Einfach alles Outplayed, was ging gerade. Quatsch, Junge. Ein Snipe nach dem anderen. Alter. Guck mal, hier im Richt... Guck mal. Nur wegen meinem Richtmikrofon habe ich den gerade gesehen. Digga, nein. Da waren so viele, Mann. Warum schießt ihr nicht einfach durch die Scheiß Wand, Alter? Komm her, Meister. Darf ich dich an den Eiern? An den Bodensack habe ich dich gegangen. Oh, let's go. Digga, Mann. So, jetzt stelle ich euch erstmal das Klassen-Setup der Tundra vor. Wollen wir rein, oder was? Wollen wir rein? So, hier haben wir die Tundra. Ich habe sie Level 54, also ein Level fehlt noch. Ich zocke die hier mit der Mündung Stabilisierer. Wobei, da würde ich auch empfehlen, ja... Den oder den, eins von beiden. Also, auf jeden Fall die Stabilisierer. Dann den Lauf habe ich Tiger Team, weil der Schaden, Feuerratte und Projektivbestellung, das braucht man einfach alles. Den letzten Lauf also. Dann Körper, montiertes Licht. Glaubt mir, dieser Lauf ist der krasseste, den es gibt. Oder Tiger Team, eins von den beiden. Also, ich brauche Sprinten, Schießwechseldauer einfach. Also, entweder den zweiten Lauf oder den vorletzten Lauf. Weil diese Erkennungsdistanz, dann sieht man einen Punkt über den Leuten. Wenn die um die Ecke gehen, dann sieht man noch einen Punkt. Und man erkennt halt, wie das von alleine schon sagt, man erkennt die Leute schneller auf Distanz, ja. Also, einen von diesen beiden Läufen. Unterlauf habe ich den letzten drin. Magazin, das Sieben-Schuss-Magazin, damit man auch nicht so oft nachladen kann. Oder schnelles Magazin, ein von beiden. Handgriff habe ich auch den letzten, wegen der Ziel, äh, ZV-Zieldauer. Mega wichtig zum Snipern, weil sonst, uff, anders schlimm. Und den Schaft würde ich den letzten sagen. Also, ich habe jetzt den drin, aber jetzt habe ich den freigeschaltet, den letzten. Ja, und so zocke ich die. Secondary ist egal. Hier Betäubungsgranaten finde ich am besten. Tomahawk einfach, weil ich keinen Bock auf Samtex zu werfen, weil wenn ich sie werfe, werfen, geht man zurück, das ist meistens drauf. Riechsmikrofon, damit ich ein krankbares Radar habe, so wie bei GAMP3. Dann hier Taktikmaske oder Splitterschutzwäste, das ist eigentlich egal. Dann extra zwei Atemtäter und extra drei Ganghub. Und hier habe ich Revolverheld, damit ich halt mehr, äh, mehr Aufsätze für die Waffe habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und bis über, wie immer, jeden zweiten Tag. Und bis über, wie immer, jeden zweiten Tag.